Der School's Easy Podcast. Dein Podcast rund um Schule, Bildung und das Erwachsenwerden. Lehn dich heute einfach mal zurück. Ich will dir von meinen schlimmsten Lehrern erzählen. Vielleicht klingt das ein oder andere Beispiel vertraut und du hast auch so einen Lehrer. Ich hoffe jedoch, dass dem nicht so ist. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich heute größtenteils darüber lachen kann. Denn die Schulzeit ist eben nur ein kleiner Teil des Lebens und damit auch die Lehrer. Starten wir mit einer Lehrerin auf der Realschule. Sie war total nett, konnte sich aber überhaupt nicht durchsetzen. Wirklich gar nicht. In ihrem Unterricht war es immer laut. Alle Schüler haben gemacht, worauf sie Lust hatten. Von Hausaufgaben über Schiffe versenken bis hin zu Papierkügelchen werfen war alles dabei. Und ihr einziger Kommentar dazu war, Psst. Es war völlig egal, was man tat. Entweder sie bekam es nicht mit, oder es war ihr egal. Und das war selbst während der Klassenarbeiten so. Wir haben gnadenlos abgeschrieben. Ich auch. Also verstehe das nicht falsch. Ich bin keineswegs die brave Schülerin gewesen, die jetzt über die bösen Klassenkameraden herzieht. Nö. Ich habe in ihrem Unterricht Hausaufgaben gemacht, Bilder gemalt, Käsekästchen gespielt und sogar mal Spickzettel gebastelt. Und das in der ersten Reihe. Nur, damit du einen Einblick hast, wie egal es war, was man tat. Und bei Klassenarbeiten habe ich von allen mich umgebenden Sitznachbarn abgeschrieben. So wie sie von mir. Also im Grunde haben wir Gruppenarbeit gemacht. Wir haben geredet, manchmal noch nicht mal geflüstert. Und der einzige Kommentar der Lehrerin war, wie immer, Psst. Bloß ein einziges Mal wurde einer meiner Mitschüler mit Spickzetteln erwischt. Die waren aber auch ziemlich groß und schwer zu übersehen. Er musste dann für die nächsten paar Wochen Protokolle schreiben. Aus Schülersicht ist das im Grunde ja eine super Lehrerin. Man kann machen, was man will, muss sich für seine Noten gar nicht großartig anstrengen und alles ist entspannt. Und ja, so empfanden wir das damals auch. Aber wenn man dann einen neuen Lehrer bekommt, ist das nicht mehr so lustig. Denn plötzlich muss man alles wissen, was man bisher bloß von anderen abgeschrieben hat. Der neue Lehrer wundert sich dann, dass die Klasse so wenig weiß und der Unterricht wird auf einmal richtig schwierig. Noch dazu erwartet einen irgendwann eine Prüfung und auch dort gibt es keine Gnade mehr. Selbst schuld, wer da im Unterricht lieber gemalt hat. Oder mal anders. Die Lehrerin, von der ich spreche, war auf der Realschule meine Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrerin. Im selben Fach habe ich Jahre später meine Abi-Prüfung abgelegt. Was ich auf der Realschule bei ihr nicht gelernt habe, habe ich nie aufgeholt und die Noten auf dem Gymnasium waren entsprechend schlecht. Und dazu muss ich sagen, dass ich selbst schuld bin. Als Schülerin war mir das damals nicht klar. Erst als es schon zu spät war, um noch was zu ändern, ist der Groschen gefallen. Die Lehrerin war schlecht, ja. Aber wir Schüler haben es noch schlimmer gemacht. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass wir alle einfach echte Schweine waren. Und die Lehrerin, die wirklich nett und bemüht um jeden Einzelnen von uns war, unglaublich respektlos behandelt haben. Heute schäme ich mich dafür, denn Lehrer sind bloß Menschen. Und Schüler sollten das verstehen, statt sich so zu verhalten und jemanden auszunutzen, der sich den Schülern gegenüber nicht durchsetzen kann. Aber rücken wir mal zum nächsten Lehrer vor. Den hatte ich im allerletzten Schuljahr, also in der 13. Klasse auf dem Abendgymnasium, in Deutsch. Das an sich war schon schlimm. Wir hatten zuvor eine unglaublich tolle Deutschlehrerin, das muss ich echt sagen. Sie hat guten Unterricht gemacht, war nett, rücksichtsvoll und fair. Aber sie hat nach der 12. Klasse die Schule gewechselt, sodass wir im letzten Schuljahr noch einen neuen Lehrer bekommen haben. Das ist ein bisschen stressig, denn das Abijahr ist ohnehin recht kurz. Im März schon hatten wir die schriftlichen Prüfungen, da blieb vorab also sowieso nur wenig Zeit. Und dort mussten wir uns erst an einen neuen Lehrer gewöhnen und natürlich gleichzeitig mit dem Stoff vorankommen. Uns fehlte damals noch eine Pflichtlektüre. Eines der ersten Dinge, die er zu uns sagte, war Was? Ihr müsst noch neuen Stoff durcharbeiten? Da war mein Vorgänger aber langsam. Nur zur Erklärung. Für das Deutsch-Abi muss man normalerweise drei Lektüren lesen und hat zusätzlich noch Themen wie Gedichtinterpretation, Erörterung und Co. Wobei all diese Sachen thematisch miteinander zu tun haben. Unser neuer Lehrer war also der Ansicht, was im Lehrplan für die letzten beiden Schuljahre stand, musste man in einem Schuljahr abgearbeitet haben, damit man im letzten Schuljahr bloß noch wiederholen musste. Das klang extrem absurd. Es wurde jedoch bald allen Schülern klar, warum er so dachte. Dieser Lehrer hat einen Langsamkeitsrekord aufgestellt, bei dem jede Schnecke vor Neid erblasst. Wie schon gesagt, wir mussten noch eine Lektüre lesen. Das war Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Solltest du dieses Buch irgendwo sehen, schlag mal die erste Seite des eigentlichen Textes auf. Gleich im zweiten Absatz steht das Wort Schlagbaum. Und aus dem Zusammenhang versteht man sofort, was das sein soll. Die Hauptfigur, Michael Kohlhaas, kommt nämlich an einen Schlagbaum, muss anhalten und wartet auf den Zöllner, damit er weiter reiten kann. Was wird wohl dann ein Schlagbaum sein? Genau, sowas wie eine Schranke. Man kann nicht einfach drumrum, zumindest nicht mit einem Pferd, und muss eben warten, bis jemand das Ding aufmacht. Fertig. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Ein Schlagbaum ist nichts anderes als eine Schranke. Aber der Text ist halt alt und damals sahen diese Schranken nicht nur anders aus, sie hatten auch einen anderen Namen. Unser Schneckentempolehrer hat es nun tatsächlich geschafft, dass wir uns diesem Schlagbaum geschlagene fünf Schulstunden, also fünfmal 45 Minuten, gewidmet haben. Nein, das ist keine Übertreibung. In der ersten Doppelstunde ging es ausführlich darum, was ein Schlagbaum ist. In der zweiten Deutschstunde, ein paar Tage später, wiederholte er das in aller Ausführlichkeit nochmals für die Schüler, die beim ersten Mal nicht anwesend waren. Und in der zweiten Doppelstunde ließ er zusammenfassen, wo wir standen, und führte den Schlagbaum dann nochmal aus. Es war so schrecklich. Nicht nur, dass sein Vortrag über mittelalterliche Grenzanlagen unglaublich langweilig war, wir hörten ihn auch gleich noch mehrfach, und er brachte uns kein Stück weiter. Denn, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, dieser Schlagbaum spielt keine große Rolle. Mit ihm fängt zwar alles an, aber es reicht vollkommen, wenn man das weiß. Du musst dir doch hoffentlich auch keinen Vortrag über Haustüren und Fußmatten anhören, wenn du einen Freund besuchst, oder? Und trotzdem weißt du, dass du erst klingeln musst, bevor jemand aufmacht. Tja, da hat es mich dann nicht mehr gewundert, dass es für diesen Lehrer viel zu viel Arbeit war, mit uns noch eine Lektüre zu lesen. Und bevor du fragst, nein, er wurde nicht schneller. Er wurde aber auch nicht langsamer. Ja, immerhin. Er war auch sonst kein normaler Lehrer, der Unterricht gemacht hat. Er hat Vorträge gehalten. Die fingen meistens mit einer Verzögerung von etwa 10 Minuten an, weil er immer zu spät kam, dann was vergessen hatte, wieder ins Lehrerzimmer ging, zurückkam und feststellte, dass er es doch schon mitgebracht hatte, und dann erstmal noch nachlesen musste, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Dann hat er meistens eine Frage gestellt, die er selbst beantwortet hat, und diese Antwort dauerte die ganze Stunde lang. Ich wollte leichtsinnigerweise mal was zum Unterricht beitragen. Das war ganz am Anfang des Schuljahres. Nach ungelogenen 45 Minuten habe ich aufgehört, mich zu melden. Er redete einfach immer weiter, nahm aber sehr wohl wahr, dass ich was sagen wollte. Nach etwa einer Stunde blickte er mich dann an und fragte, was ich sagen wollte. Du kannst dir sicher denken, dass mein Beitrag längst nicht mehr aktuell war und zu dem passte, was er gerade erzählt hatte. Und vergessen hatte ich ihn auch schon fast. Junge, Junge, der war die Höhe. Und das, ich sag's nochmal, unmittelbar vor dem Abitur. Letztlich mussten wir übrigens am Wochenende ein paar Mal zusätzlich in die Schule kommen, weil uns die Zeit ausging und wir noch nicht gut fürs Abi vorbereitet waren. Ha! Welch Überraschung! Da gab es allerdings schon vorab viele Schüler, die gar nicht mehr zum Unterricht gekommen sind. Hat ohnehin nichts gebracht. Zu Hause konnte man besser lernen. Das waren die zwei schlimmsten Lehrer, die ich hatte. Natürlich gab es auch andere, die nicht so der Brüller waren, aber an die zwei kam keiner ran. Bei beiden werde ich bis heute das Gefühl nicht los, dass sie den Sinn ihres Jobs nicht verstanden haben. Immerhin sollen Lehrer Wissen vermitteln, was sie beide überhaupt nicht geschafft haben. Obwohl, stimmt nicht. Ich weiß schließlich bis heute, was ein Schlagbaum ist. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Die eine konnte sich einfach nicht durchsetzen und wir Schüler haben das ausgenutzt. Unsere eigene Schuld, keine Frage. Aber dass man mit 13 Jahren noch nicht verstanden hat, worauf es im Leben ankommt, kann man Schülern nicht vorwerfen. Genau dafür hat man Lehrer. Naja, manchmal muss man es eben auf die harte Tour lernen und hat dann im Abi in Geschichte die schlechtesten Noten. Und der andere war einfach, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken sollte, eine Katastrophe? Er redete die ganze Stunde und oftmals über Dinge, die gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Wir Schüler mussten uns selbst um unsere Bildung kümmern. Vor dem Abi. Ich hoffe, deine Lehrer sind besser und du nimmst ein bisschen was aus diesem Podcast mit. Als Schüler ruht man sich gerne auf den Lehrern aus, aber im Grunde ist man für seine Bildung selbst verantwortlich. Denn wenn du nicht lernst, wirst auch nur du die Konsequenzen tragen müssen. Ganz egal, ob du gute oder schlechte Lehrer hast. Das war der Schools Easy Podcast. Weitere Folgen findest du auf www.schoolseasy.de und auf Untertitelung aufgrund derouldern